Ich bin Katharina Berlett. Mit meinem Mann Henrik lebe ich in Berlin. In unserem Blog Out of Office berichten wir über unsere Reisen. Manchmal geht es weit weg, aber oft finden wir ein kleines Abenteuer auch vor der Haustür. Was wir machen ist, wir schnappen uns das Auto, wir fahren ein paar Kilometer raus aus der Stadt, ziehen die dicken Schuhe an, wandern los, laufen durch die Wälder, gucken beim See vorbei, genießen den Ausblick. Ich habe mich bewusst für den Lebensraum Stadt entschieden, aber manchmal auch genauso bewusst, aus diesem Lebensraum auszubrechen. Dann tausche ich den Bildschirm gegen den Ausblick auf den See, die Sneaker gegen Wanderschuhe und mache mich auf den Weg zu einem Micro Adventure nach Feierabend. Bei einem Abenteuer geht es weniger darum, tausende Kilometer zu fliegen. Das Abenteuer beginnt da, wo das Gewohnte aufhört. Bei einem Micro Adventure beginnt der Tag in der Natur, anders als daheim. Es ist friedlich, es ist leise. Die Luft ist frisch, das Laub raschelt, mein Kopf ist einfach frei. Was ich mitnehme aus der Natur, Ruhe, aber auch Energie, Eindrücke. Wenn ich zurückkomme in die Stadt, bin ich auf jeden Fall reicher. Smart